Heute ist der 25. Oktober und ich übernehme heute Isabels Kanal. Ihr geht es leider nicht so gut, deswegen schreibt doch mal alle liebe Kommentare in die Kommentare, Kommentare. Eigentlich wäre Maleficent dran gewesen, aber wir schieben jetzt einfach den Teufel nach vorne. Ich habe dieses Set hier gefunden und damit schminke ich mich jetzt als Teufel. Da ist so Farbe drin und Teufelshörner und ich denke, damit geht es bestimmt richtig einfach. Ich kann mich eigentlich gar nicht schminken, aber ich werde es versuchen. Es geht los. Ich schmiere das jetzt überall in mein Gesicht. Ich habe mich jetzt überall angemalt. Der Mann hat schwarz um die Augen, deswegen mache ich mir jetzt auch schwarz um die Augen. Jetzt mache ich meine Haare rot. Das hier ist Latex und damit klebe ich jetzt die Hörner auf. Das stinkt so eklig. Jetzt kommt noch das Kostüm. Das ist jetzt der fertige Look. Das ist mein allererster Halloween-Look und schreibt in die Kommentare, wie ihr ihn findet. Mein Horn ist abgefallen. Lasst auf jeden Fall das Plus verschwinden, weil Isabels hat es wirklich verdient. Sie gibt sich wirklich extrem Mühe. Ok, tschüss. Ok, tschüss.